Es ist wieder Zeit für einen kleinen Rückblick. Dieses Mal schauen wir uns den Samsung S95C QD OLED TV nochmal nach drei Monaten an. Ganz traditionell möchte ich euch nur einen kleinen Erfahrungsbericht nach diesen drei Monaten zukommen lassen. Bin ich noch der gleichen Meinung wie damals oder haben sich meine Ansichten verändert? Diese Fragen stellen das Kern-Element dieses Videos dar und somit grüße ich euch zu einem neuen Tech-Opinion-Video. Ach ja, wenn euch das gefällt und ihr meinen selbstfinanzierten Kanal kostenlos unterstützen wollt, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, das Video zu teilen und einen kleinen oder großen Kommentar zu hinterlassen. Das bringt diesem Projekt ungemein viel und ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Bei diesem Video handelt es sich um ein Ergänzungsvideo zum großen Review-Video. Das Review-Video habe ich euch oben in der Infobox verlinkt. Der S95C stellt die High-End-Klasse der Samsung OLED TV 2023 dar. Dabei tritt er in die Fußstapfen des S95B aus 2022 und setzt die Geschichte der modernen QD OLED-Technik aus dem Hause Samsungs fort. Aber auch Dinge wie 4K, 144Hz, HDR10+, VR, FreeSync Premium Pro, Firma HDMI 2.1 und die One-Connect-Box zeichnen den S95C als High-End-TV aus. Besonders in Sachen Aufmachung und Verarbeitung geht der S95C ein komplett anderem Weg als sein Vorgänger. So haben wir in unserem Tech-Impression-Video festgestellt, dass der S95C sich nunmehr mehr an die High-End-Kulit-TV Samsungs anlehnt und eine wesentlich bessere Verarbeitungsqualität an den Tag legt. Auch wenn wir dieses Jahr wie auch letztes Jahr beim QN95B-Kulit-TV die mitschwingende Kunststoffrückwand kritisieren mussten. Eines der wichtigsten Neuerungen beim Samsung S95C aus der Sicht der Usability ist ganz klar die One-Connect-Box. Das Aushängeschild der Samsung-TVs und dies schon seit Jahren. Während der letztjährige S95B noch auf jene Box verzichten musste, hat der S95C diese spendiert bekommen. Diese positioniert den S95C so rein im Samsung-Portfolio auf ein ganz anderes Level im Vergleich zu seinem Vorgänger. Die One-Connect-Box ist aber auch eine kleine Achillesferse für den S95C, wie Vincent Teo vom YouTube-Kanal HDTV-Test bedauerlicherweise feststellen musste. Während wir alle bei unseren Tests davon ausgegangen sind, dass die HDMI-Anschlüsse des S95Cs die volle Bandbreite von 48 GB pro Sekunde der HDMI 2.1-Spezifiker zu nutzen, musste Vincent Teo feststellen, dass die Anschlüsse auf 40 GB pro Sekunde limitiert sind. Laut seinen Aussagen ist dies der One-Connect-Box geschuldet, welche hier hardwareseitig für eine Einschränkung sorgt. Nur, was bedeutet das jetzt konkret? Grundlegend ist es etwas, was so zur Notiz genommen werden kann und keinen großen Einfluss auf die Bildperformance des S95C hat. Es sei denn, es wird ein Signal mit 4K und 144Hz zugespielt. An dieser Stelle können 40 GB pro Sekunde sehr schnell zum Flaschenhals werden, moderne Grafikkarten können Probleme bei der Verbindungsstabilität bekommen. Was unter Umständen zu Bildaussetzern und Bildfehlern führen kann. Aus meiner Sicht, so im Nachgang, da der S95C mit 144Hz beworben wird, eine knifflige Angelegenheit, welche ich durchaus negativ betrachten muss. Vor allem, dass ein fast gleich guter, kleinerer Bruder der S90C ebenfalls 144Hz bietet und definitiv 48 GB pro Sekunde an den HDMI-Anschlüssen bereitstellt. In meinem großen Review-Video habe ich dem Samsung S95C eine sehr gute Bildqualität bescheinigt. Vor allem auch hier im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem S95B, konnte ich eine deutliche Verbesserung feststellen und dies ist auch, jetzt gut drei bis vier Monate später, weiterhin eine Tatsache. Schade finde ich nur, dass ich bei der Analyse der Firma-Version 1.2.1.2.7 aus dem Juli 2023 feststellen musste, dass sich die Bildqualität etwas zum Negativen verändert hat. So musste ich kurz nach meinem Review feststellen, dass der Bildabstimmung ein magentafarbener Look spendiert wurde, welcher zuvor nicht da war. Nach ausgiebigen Tests und Ausschluss diverser Hardwarefehler hat dies nicht nur bei mir für Verwunderung gesorgt. Heißt dies nun, dass der S95C jetzt nicht mehr so gut ist? Nein, das heißt es definitiv nicht. Mit seiner hohen Spitzennichtleistung von gut bis zu 1300 Nits im Testbild, als auch gut 1000 Nits im Realbild-Szenario ist er definitiv einer der hellsten OLED-TVs am Markt und kann somit HD-Inhalte und dies dank der QD-OLED-Technik brillant abbilden. Ich würde euch nur anraten, eine professionelle Kalibierung mitzubuchen, um den magentafarbenen Stich herauskalibrieren zu lassen, um eine quellengenauere Darstellung zu bekommen. Denn die Bildabstimmung ist nicht mehr auf dem Niveau, wie ich einst im Review-Video festgestellt habe. Zum Thema Kalibierung des S95C habe ich bereits ein separates Video mit Bildvergleichen produziert, welches ich euch oben in der Infobox verlinkt habe. Seit dem Review-Video des S95C haben wir uns einen kleineren Bruder, den S90C, angeschaut, welcher ebenfalls in den Größen 55, 65 und 77 Zoll verfügbar ist, aber auf die Vorjahresversion der QD-OLED-Technik setzt, zumindest in den Größen 55 und 65 Zoll. Der S90C kam in meinem Test gefährlich nahe an den S95C heran und stellt eine enorm interessante Alternative zum S95C dar. Denn so rein bildtechnisch sind sich beide TVs so gut wie gleich, lediglich in Sachen Spitzendichtleistung ist der S95C gut 30% besser am Start, dies aber auch nur im Testbild-Szenario. Im Realbild-Test sieht das Ganze etwas anders aus, hier liefert uns der S90C ebenfalls gut 1000 NIT, um genau zu sein ca. 950 NIT, was im direkten Bildvergleich für das menschliche Auge keinen Unterschied macht. Der S90C kann dann noch mit der vollen Bandbreite von 48 Gbps an den HDMI-Anschlüssen punkten und hält somit die volle Leistung für 4K mit 144 Hz bereit, muss dabei aber auf AMD FreeSync Premium Pro verzichten und bietet in Anführungsstrichen nur die Non-Pro-Version und somit kein HDR bei 120 Hz und aktivem FreeSync. Über HDMI VR ist HDR aber auch mit 120 Hz und 144 Hz problemlos möglich, was letztendlich bedeutet, dass es kein großer technischer Nachteil ist, dass der S90C kein AMD FreeSync Premium Pro unterstützt. Unter dem Strich bedeutet das, dass meine Tests klar festgestellt haben, dass der S90C die vor allem preislich deutlich bessere Alternative zum S95C darstellen kann. Klar bekommt ihr mit dem S95C die theoretisch höhere Spitzendichtleistung und auch definitiv das effizientere QD-OLED-Panel, vor allem aus der Sicht der Langlebigkeit. Aber so rein B-technisch nehmen sich die beiden TVs nichts. Und der S90C kann mit 48 Gbps an den HDMI-Anschlüssen 4K mit 144 Hz auch garantieren. Streng genommen kann sich der S95C durch ein moderneres Auftreten als auch die Mitgabe der One-Connect-Box vom S90C absetzen und liefert einfach das etwas frischere Auftreten. Auch b-qualitativ ist der S95C einer der besten Samsung-TVs jeher und liefert vor allem kalibriert eine enorm gute Performance ab. Dies gepaart mit der exzellenten HDR-Gaming-Performance ist der S95C definitiv ein TV der High-End-Klasse. Nur um ehrlich mit euch zu sein, der S90C stellt einfach das bessere Gesamtpaket bereit und ist dabei noch günstiger. Was aus meiner Sicht nur im Vergleich zwischen dem S90C und S95C den S90C unschlagbar macht. Ihr solltet nur bedenken, egal für welchen der beiden Samsung-TVs ihr euch letztendlich entscheiden solltet, beide TVs präsentieren erst nach einer Kalibierung des Filmmaker-Modes eine quellengenaue Darstellung und somit ein brachial gutes Bild. Als auch erst nach den gezielten Einstellungen des Spielmodus eine korrekte Gaming-Darstellung. Ich habe für euch ein Bildeinstellungsvideo für den S90C als auch S95C produziert, worin ich genau diese Probleme angegangen bin. Das Video verlinke ich euch ebenfalls oben in der Infobox. Auf jeden Fall bin ich weiterhin der Meinung, dass Samsung mit dem S95C einen sehr guten TV abgeliefert hat, welcher vor allem eine Verstimmung der miserablen Performance des S95B aus dem letzten Jahr beseitigt hat. Auch wenn die jüngsten Firmware-Updates das Ganze wieder ins Wanken bringen, ist es ein Fakt, dass der S95C weiterhin ein ordentliches Potenzial auf die Straße bringt. Und nun seid ihr an der Reihe. Wie ist eure Meinung zum Samsung S95C? Für welchen TV habt ihr euch entschieden und warum? Schreibt mir mal dies unten in die Kommentare, ich bin schon sehr gespannt darauf, was ihr so zu berichten habt. Ja, mit diesen Worten möchte ich nun mein Opinion-Video zum Samsung S95C TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt mir diese in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Ohnezeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!